Wer will nicht geistig fit sein? Also ich auf jeden Fall, aber ich weiß auch, dass es geht, denn körperlich fit heißt im Umkehrschluss auch geistig fit und darüber rede ich heute, weil es gibt ganz viele spannende Erkenntnisse und die möchte ich dir nicht vorenthalten. Noch heute wird der Begriff der ganzheitlichen Gesundheit oder der ganzheitlichen Medizin von vielen Therapeuten belächelt und von ganz vielen Patienten auch nicht wirklich ernst genommen. Nur selten wird er konkret, im Übrigen mit Inhalten gefüllt, dieser Begriff der ganzheitlichen Gesundheit. Oft wird er als esoterischer Zusammenhang, sogar auch als Unfug gesehen oder bezeichnet und deswegen einfach auch nicht ernst genommen. Aber in Wirklichkeit sieht es ganz anders aus. Was bedeutet denn jetzt eigentlich ganzheitliche Gesundheit? Es ist das Wissen darum, dass unser ganzes Sein, unser Körper und unser Geist voneinander abhängen. Dass nichts, aber auch gar nichts bei uns Menschen, keine der vielen Funktionsebenen, die es gibt, keine einzelnen Organe, keine Teilbereiche für sich alleine gesehen werden können. Dass sich keine negativen Veränderungen, keine entstehenden Krankheiten nur auf einen abgegrenzten Teilbereich auswirken. Also wenn jemand herzkrank ist, dann ist nicht nur das Herz krank, sondern ist der ganze Körper betroffen. Im Übrigen auch meist die Psyche, die noch dazu gehört. Dass demzufolge natürlich positive Veränderungen in einem Teilbereich intensiviert werden können, wenn auf mehreren unterschiedlichen, sich gegenseitig unterstützten Ebenen eben auch angesetzt wird, ist natürlich klar, oder? Doch das, was die derzeitige Meinung mangels Aufklärung nicht nachvollziehen kann, wird aber Gott sei Dank, und da bin ich wirklich absolut glücklich drüber, in Forscherkreisen seit Jahren stark zunehmend untersucht und auch eben nachgewiesen. Dabei werden immer mehr Zusammenhänge entdeckt, die klare Abhängigkeiten und gegenseitige Einflussnahmen der wohl am weitesten voneinander entfernten menschlichen Gebieten belegt, nämlich die Beeinflussung des Nichtmateriellen, des geistigen Zustandes unseres Körpers, unseres Sein, durch das Materielle eben unseres körperlichen Zustands. Und jetzt ein paar Fakten zu dem vorangegangenen. Denkleistung leitet durch Bewegungsmangel und steigt eben mit Bewegung. Übergewichtige mittleren Alters, die haben ein fast dreifaches Risiko, im Alter an Alzheimer und an anderen Demenzformen zu erkranken. Doch das ist längst nicht alles. Gehirnschwund, verminderte Denkkraft, Schüttellähmung, also Parkinson und auch Depressionen finden sich statistisch gehäuft unter den Bewegungsfaulen. Wir wissen, dass Menschen, die sich eher wenig bewegen, schlechtes Gleichgewicht halten können und oft stürzen, also wesentlich verletzungsanfälliger sind und starke Veränderungen der weißen Hirnsubstanz auch noch aufweisen. Forscher fanden auch heraus, dass die Menschen in einer Untersuchungsgruppe, die in acht Jahren während der Studie weitgehend auf körperliche Bewegung verzichtet hatten, eine doppelt so hohe Depressionsrate aufwiesen. Schockierenderweise, finde ich, trifft es sogar bei untersuchten Kindern zu. Bei siebt- und achtklässlern entdeckte man, dass sie in dem Maße depressiv verstimmt sind, wie die körperliche Aktivität sinkt. Meine Güte, wenn ich mir überlege, wie wenig sich Jugendliche heute noch bewegen, dann wird mir wirklich Angst und Bange und dann versteht man natürlich auch immer mehr, warum diese Jugendlichen immer unzufriedener und teilweise auch wirklich unglücklicher werden. Aber auch andersrum, Gott sei Dank, funktioniert der Zusammenhang. Körperliche Bewegung ist Vorbeugung und Therapie zugleich. Sie löst die Bildung von Endorphinen aus. Das sind körpereigene Opioide, die positive Lebensgefühle erzeugen. Das sogenannte Runner's High ist definitiv nachgewiesen. Die Menge der beim Joggen ausgeschütteten Endorphinen hängt offensichtlich direkt mit dem Ausmaß der verspürten Euphorie, den Glücksgefühlen zusammen. Vielleicht ist es auch der Grund, warum ich heute irgendwie trotz allem, trotz der vielen Arbeit so gut gelaunt bin. Weil ich bin heute Morgen natürlich auch schon gejoggt. Körperliche Betätigung bewirkt die Bildung von speziellen Proteinen, von speziellen Eiweißen. Sie, also die Proteine, die Eiweiße, sind der Rohstoff für die Herstellung von frischen Nervenzellen und neuen kleinsten Blutgefäßen im Gehirn, wodurch unsere Infrastruktur unseres Gehirns und der Versorgung und Verschaltung natürlich verbessert wird. Andere Proteine, andere Eiweiße wiederum wirken stabilisierend auf die Neuronen. Eingeschränkte Denkleistung wird gesteigert. Das ist auch der Grund, warum man so kreativ wird, wenn man sich bewegt. Also mir geht es definitiv immer so. Ich habe die besten Ideen, die besten Ideen für neue Bücher, für neue Videos, für was auch immer, wenn ich unterwegs beim Laufen oder beim Dehnen oder bei mich Bewegen bin. Und es ist gar nicht so viel verlangt, um in dieses Gefühl reinzukommen. Schon dreimal pro Woche 15-minütige körperliche Bewegung wird die Wahrscheinlichkeit im Übrigen an Alzheimer zu erkranken um 30 bis 40 Prozent reduzieren. Molekularbiologen gehen inzwischen davon aus, dass man durch Muskelsignale die Stimmung tatsächlich auch dauerhaft beeinflussen kann. Wenn ich mir überlege, wie diese ganzen Stimmungskrankheiten zunehmen, also angefangen von leichten Angstzuständen, von depressiven Verstimmungen, von Überforderungssymptomatik, dann denke ich einfach, Gott, wie leicht könnte es denn sein? Aber ich weiß, wir haben ja all dieses Faulheitsgen in uns und das, das sollten wir am besten mal auf der Kauksstand zurücklassen, finde ich. Und wenn du jetzt auch noch zu denjenigen gehörst, die sagen, okay, ich will es wissen und du machst noch Krafttraining, dann fühlst du dich noch nach einer Woche danach richtig gut. Und zwar hat es biochemische Gründe, weil dein Stoffwechsel, der wurde anders aktiviert und ja, deswegen eine Woche lang nach dem Krafttraining sich noch gut fühlen, das ist doch was. Sogar bei psychischen Erkrankten wies man inzwischen genau diese Zusammenhänge auch nach. Die Symptome bei einer untersuchten psychiatrischen Patientengruppe beispielsweise gingen durch mehrmaliges flottes Spaziergehen wöchentlich bei 47 Prozent zurück und verschwanden bei 42 Prozent völlig. Bereits nach einer einzigen Woche Training ist der nachweisbare Spiegel von Wachstumsfaktoren deutlich erhöht und beeinflusst natürlich auch die Kognition. Das heißt also, wenn wir die Wachstumsfaktoren aktivieren, also auch die Wachstumshormone, dann regeneriert der Körper, der kann heilen und all das tun wir durch Training. Die Forschung, die belegt im Moment altes, bisher vielleicht immer noch belächeltes Wissen. Eine wichtige Voraussetzung und Grundlage für all diese Effekte ist das, was früher in der Neurologie strikt bestritten wurde, eine erhöhte Durchblutung des Gehirns. Man ging nämlich ewig lange davon aus, dass das Gehirn als überlebenswichtigstes Organ durch einen Automatismus immer gleichbleibend durchblutet wird. Dass damit nämlich sein Stoffwechsel also konstant sei. Irrtum. Mehr Bewegung, mehr Sport, mehr Aktivität, mehr Durchblutung. Genial, oder? Inzwischen ist es zweifelsfrei, dass bei Bewegung die Durchblutung in bestimmten Hirnregionen je nach Belastung um bis zu 30 Prozent gesteigert werden kann. Das verursacht also die beste Versorgung des Gehirns mit Nährstoffen ebenso wie die Beseitigung von Abfall und anderen unerwünschten Stoffen. Also es wird alles optimiert durch Bewegung, so einfach ist es. All diese Effekte beobachten wir schon seit 35 Jahren. Wenn ich sage wir, meine ich Liebscher und Prachtige Schmerzspezialisten. Ihr kennt uns wahrscheinlich auch. Könnt gerne mal auf unseren Kanal gehen. Und auch ich als Ärztin, ich weiß, was Bewegung macht. Und ehrlich gesagt, ich als Petra beobachte das auch. Je mehr Sport ich mache, umso besser geht es mir. Und wenn ich mal irgendwie mich ausruhe, weil ich denke, ich hätte es verdient, das tut mir überhaupt nicht gut. Deswegen will ich mich gar nicht mehr ausruhen. Die Frage ist natürlich, was wir hier beobachten, was ich erzählt habe, ist es nicht auch völlig logisch und nachvollziehbar? Na klar, alles im Menschen hängt zusammen und voneinander ab. Wir haben uns seit je nachdem, ab welchem Zeitpunkt man mit diesen Überlegungen ansetzen möchten, Millionen von Jahren entwickelt und uns eben an ganz bestimmte Bewegungsanforderungen unserer Umwelt angepasst. Diese Anforderungen, die haben uns geformt. Den Bewegungsapparat wie alles andere, unser körperliches und auch unser geistiges Leistungsvermögen und die dazugehörigen Zustände, all das haben wir dadurch geformt. Deswegen sind wir heute so, wie wir sind. Wenn wir uns vergegenwärtigen, wie drastisch sich unser heute normales Bewegungsprofil von dem unserer Urahnen unterscheidet, dann wird ganz, ganz schnell klar, woher ganz viele Probleme und Krankheiten der heutigen Zeit einfach herrühren, von denen viele zu Recht als Zivilisationskrankheit bezeichnet werden. Voraussetzung, dass wir das aber in den Griff bekommen, ist natürlich, dass wir überhaupt in diese Richtung denken und dort eben auch Ursachen vermuten und suchen. Viele dieser ganzheitlichen Zusammenhänge bleiben auch deswegen ununtersucht, weil durch die inhaltliche Aufteilung der Medizin in die Fachärztekompetenz das ganzheitliche Denken rigoros aberzogen wurde und meines Erachtens immer noch aberzogen wird. Und das ist falsch und verkehrt und führt zu vermehrten Krankheiten, definitiv. Das soll überhaupt nicht heißen, dass wir nicht auch Spezialisten bräuchten. Sie sind so wichtig, gerade um spezifische Untersuchungen zu machen und dazu ist die Fokussierung auf spezielles Wissen einfach absolut nötig. Aber das, was fehlt, ist die anschließende Zusammenführung des medizinischen Allgemeinwissens, des Facharztwissens sowie die naturheilkundlichen Hintergründe in einen Pool, aus dem dann die passende, bestmögliche Therapie hervorgehen kann. Aber genau diese Zusammenführung wird heute oft durch Kompetenzgerangel und Frontenbildungen geradezu kategorisch verhindert. Auf Kosten von wem? Auf Kosten des Patientens. Und gerade deswegen ist es unumgänglich, dass eine neue Therapeutengeneration entsteht. Therapeuten, die sich in der Schulmedizin ebenso sicher bewegen, wie auch in der Naturheilkunde, die einen Gesamtüberblick über die zur Verfügung stehenden therapeutischen Maßnahmen haben und dann als Hauptverantwortliche die Maßnahmen verteilen und die Entwicklung dementsprechend dann auch begleiten und auch kontrollieren. Hier geht es weit über einen allgemeinen Zusammenhang zwischen Körper und Geist hinaus. Die Bewegung ist ein ernstzunehmendes, natürliches Therapiesystem. Und ein ebenso wichtiger Faktor ist auch eine bewusste, gesunde Ernährung natürlich. Die Einflüsse insgesamt, die erstrecken sich dabei natürlich nicht nur auf das Gehirn, was natürlich auch sofort einleuchtet, sondern auf all unsere Funktionsebenen des Menschen. Gemäß der ganzheitlichen Zusammenhänge, die ja alles erfassen, was im Menschen vor sich geht. Egal, um was es sich in uns handelt, um den skeletären Apparat, also die Knochen, um die Muskeln, also den gesamten Bewegungsapparat, ob es sich um unser Atemsystem handelt, um unseren Verdauungstrakt, um das Herz-Kreislauf-System, das Nervensystem, das Entgiftungs- und Ausleitungssystem, das Immunsystem, das Hormonsystem. Alles gehört zusammen und beeinflusst sich gegenseitig. Es gibt keinen Bereich, der nicht davon profitiert. Kaum eine Krankheit, bei der ausgesuchte Bewegung nicht zur Linderung von Symptomen oder zur Verbesserung des Krankheitszustandes oder zur Genesung gar beitragen würde. Das geht sogar so weit, dass bestimmte Muskelgruppen bzw. Körperpositionen, die ja durch bestimmte Muskelanspannungen hervorgerufen werden, direkt mit bestimmten Emotionen oder Stimmungslagen zusammenhängen und diese dadurch natürlich beeinflussbar wären oder sind. Angst oder Furcht oder auch depressive Verstimmung ist fest mit einer bestimmten Schulter-Hals-Position verbunden. Die Schultern sind angehoben und einwärts rotiert. Der Kopf ist eingezogen und löst man genau diese Körperposition bewusst auf, dann verschwindet dieses emotionale, nicht wirklich schöne Gefühl der depressiven Verstimmung, auch der Angst. Man muss es nur wirklich tun. Und allein diese Haltung wieder einzunehmen, verbessert augenblicklich die Stimmungslage. Ebenso fest verknüpft sind gute und schlechte Launen mit der Gesichtsmuskulatur, die die Mimik von uns formt. Das kannst du dir nicht gut vorstellen? Dann mach doch einfach mal folgenden Versuch. Öffne deinen Mund so weit es geht, also richtig groß den Mund aufmachen und behalte diese Position, wenn es irgendwie geht, für zwei Minuten bei. Wem das schwerfällt, den Mund zwei Minuten offen zu halten, kann die geöffnete Kieferstellung mit den Händen unterstützen oder aber einen Weinkorken oder auch unseren Kieferretter benutzen, der dann zwischen die beiden Zahnreihen geklemmt wird. Infos zu unserem Kieferretter findest du im Übrigen hier oben. Wenn du das geschafft hast, also die zwei Minuten den Mund zu öffnen, dann bewegst du deinen Unterkiefer ein wenig hin und her, um die normale Befähigkeit einfach wieder zu erreichen. Und du wirst feststellen, dass du automatisch lächelst und dass es fast unmöglich ist, dann auch noch krimmig oder aggressiv auszusehen. Und du wirst es spüren, du fühlst dich einfach besser. Deine Stimmung ist positiver, denn die jetzt entspannten Muskeln lösen die entsprechenden freundlichen Emotionen aus, die man braucht, damit es einem gut geht und man Glücksgefühle auch bekommen kann. Also Fazit, ohne Bewegung gibt es eigentlich kein freudiges Leben und glückliches Leben. Nochmal, lass diesen eingebauten Foulpelz am besten zu Hause und zwar im Bett oder auf der Couch liegen. und bewege dich in hoher Qualität und in perfekter Quantität. Und wie genau das ausschaut, das findest du auf unserem Kanal der Schmerzspezialisten. Hier ist der Link dazu. Und noch was, die von dir investierte Zeit, um dich zu bewegen, bekommst du als Belohnung in Form eines gesünderen und glücklicheren Lebens mehrfach zurück. Also, es lohnt sich ganz sicher. Und zwar nicht nur, dass du geistig und körperlich fit bist, sondern dass einfach du insgesamt auch noch glücklicher bist. Und das wünsche ich dir. Danke, danke fürs Zuschauen. Ich weiß, es war ein langes Video, aber ich wollte dieses Thema einfach mal ausführlich besprechen. Vielleicht magst du es teilen, würde mich freuen. Vielleicht magst du mir auch den Daumen nach oben schenken. Vielleicht abonnierst du auch meinen Kanal. Das freut mich natürlich sehr. Und wenn du noch mehr von meinem Video sehen möchtest, dann kannst du das hier tun. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir, dass du gesund bist, glücklich und in die Bewegung gekommen bist. Ciao! 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 Vielen Dank.